Jetzt oder wie? Ja. Wenn man da abgibt und... Ja? So, ok. Entschuldigung, vergessen, was muss ich machen? So. Ähm... Muss ich runterspringen, oder was? Ne, äh, du bleibst auf dem Schiff. Äh, ja, ok. Kaum eines Missionen abgeschlossen. Was war nochmal seine Mission? Äh... Ähm... Gute Frage. Ok. Du musst ja... Äh... Hinten auf dem Schiff. Da kannst du, glaub ich, abgeben. Äh, ich hab doch aber eben abgegeben. Sagst du, dann bist du im Szenario. Dann musst du im Szenario sein. Vielleicht musst du sie noch, äh, irgendjemanden anklicken. Das weiß ich nicht mehr. Ich hab' hier ne 1. Die sieht aber aus wie... Ne, warte mal. Ah, ich glaub' ich mal drunter. Ah, das kann's nicht gut sein. Du bleibst auf dem Deck. Oder bist du ganz weit hinter mir? Ne, wir waren doch zusammen, ne? Ich glaub' ich muss ganz nah unten, kann das sein? Nein, du bleibst auf dem Deck! Das ist ja grau, wenn es Schlachtzucker. Ähm... Graumanis Mission abgeschlossen, hier steht aber nix. Jetzt musst du das doch abgeben, mein Mensch. Graumanis Schachzug. Ja. Ich steh' direkt bei der 1, aber hier ist nix. Und was ist hier perfekt falsch? Kannst du die Kanonen betätigen? Äh, ne. Ne, dann musst du noch vielleicht oben... hinten oben auf dem Deck den Graumänner ansprechen. Diese Deckkanone der Himmelsfeuer, da kann ich immer aufklicken, aber... Die kann ich immer anklicken, also von daher... Ne, du musst nach oben gehen und den Graumänner ansprechen, glaub' ich. Was geht das? Ne, Lana Crowley... ...und zu mir kommen... Der für mich... ...Volk hat Grüne kann ich nicht ansprechen. Kannst du niemanden da entsprechen? Ne. Wieso steht da grau, meine... ...bei dir abgeschlossen? Keine Ahnung. Ist das ne Quest, die du hattest? Ich hab' Graumanis Schachtzug. Graumanis Mission abgeschlossen, 0, 1. 0 von 1. Ja, dann bist du doch im Szenario, oder nicht? Weil, ich hab' hier nix zu tun. Ich hab' ne 1. Und wenn ich mich auf die 1 stelle, dann... Also, hier oben am Deck ist nix. Ja. Hab' ich ja auch. Phase 1. Bereit für die Schlacht. Das ist das Szenario. Ich meinte, ich guck' auf die Karte... ...und dass ich ne 1 lose, meinte ich das. Hm. Du bist aber auf dem Schiff. Ja, ich bin auf dem Schiff, und hier ist nix weiter zu tun gehört. Ja, die Deckkanonen. Sind die für dich aktiv? Nein. Außer diese eine in der Mitte, die man sowieso mal anklicken kann. Wenn du mit dem Zeiger da drauf gehst... ...auf die Kanone steht da nicht. Wenn man nicht die Deckkanonen... Nein, nein, da steht ein... ein Nichts. Hm. Das hier ist das schlagkräftigste Schiff der Flotte. Hm. So, ich hab's selber rausgekommen. Ja? Und was war? Sprecht mit Admiraln... äh, Rogers. Mit der bin ich... Da stand aber nicht da, dass ich mit der reden sollte. Ja, ich hab mich schon gefragt, ob du Taionen ansprechen kannst. Hä? Okay, dann geht's weiter. Hm, permanent die Deckkanonen. Na, so ein Zufall. Na? Und wie ruhig ich geblieben bin, obwohl ich berühlen wollte. Ja, ne? So, ist egal welche Kanone ich nehme oder was? Ja. Bringt uns rein. Greifenreiter! Erste Stoffel! Fertig für Abstieg! Zweite Stoffel! Position halten! Bringt uns rein! Nun hört Schwing abschießen. Wo sind denn die Viecher? Sie schlägen. Einfach reinballern, oder? Hm. Also in dem Sperrfall geht's besser. Okay, jetzt hab ich mal einen Schiff getroffen. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 So, der hat direkt gefragt. Nee, ich glaub, den hab ich glaub, wirklich. Okay, der ist irgendwie kaputt, jetzt kann man wieder auf die Kanonen. Ja, genau. Ich nehme eine vordere, weil die kommen immer von vorne. Scheiße, da hinten. Oh, Call of Duty, Battlefield. Scheiße. Oh, jetzt wird's laut. Das war richtig laut dort. Kriegt die wohl eine neue IP die Madame hier? Äh, zwingt. Okay, alter Schwede, sie hat wie ihr ihr scheiß Skype ist wieder am abkacken und jetzt ist sie offline. Äh, das war so klar, ja. Aber ich hab keine Ruckler. Bitte was? Ich hab keine Ruckler hier. Ich bin nur einmal rausgeklappt. Na, dann ist ja gut. Ja. Fallschirm der Himmelsfeuer. Wuhu. Bist du fertig? Na, ich nehm jetzt grad den Fallschirm. Du musst hier auf die, äh, das andere Schiff. Lauter Bösen. Wer ist denn die denn da? Oh shit. Äh, weißt du was? Wenn man vom Schiff runter springt, dann wird man einfach automatisch wieder aufgehämmert. Ja. Ich weiß. Ach, ist die auch schon wieder fahren, ja? Und dann bin ich wieder auf dem Schiff. Dann musst du wieder mit diesem Typen gehen. Ja, die Alden nervt hier. Cassandra, die Totenweberin. Zwei. Okay, der ist auch kaputt. Wer ist er denn hier? Ein Greif? Aha, ich flieg weg. So. Hö, hö, hö. Die war ja witzig. Apotheker steht ja, wie so lesig wird mit Apfel. Okay. So, da muss man wohl, beim zweiten muss man wohl irgendwie unter Deck, kann das sein? Ja. Hey! Komm hier rein hier. Komm gar nicht unter Deck. Und jetzt muss man runter mit der Pass. Ups. Oh, nee. Was? Ja, den selben Quatsch schon mal machen, ey. Ja, weil ich runter bin. Aber beim ersten, da war es so, da konnte ich einfach weiter kämpfen. Nervt nochmal ein bisschen hier. Oi, oi, oi. Ich bin 11. Ich bin 11. Ich bin 11. Scheiße, ich bin nicht zu schüttern gekommen. Ich hab nur... ...das was ich vorher schon hatte. Das muss fehlen. Oh, fuck you! Was? Ich bin schon wieder runter. Der will mir nicht erzählen. Ich muss das jetzt noch mal machen, oder? Jetzt bin ich bei den Schiffen gekesseln. Okay. Beim ersten Mal konnte ich einfach weiter kämpfen. Da bin ich zwar vom Schiff runtergefallen oder so, und dann hat er mich aufs Schiff teleportiert und die... Du musst auf die anderen Schiffe. Ähm, alles gut. Wieso? Ich bin auf dem dritten Schiff. Ach so. ッs�ap. ähääb Ich bin aber auch und ich bin noch beim zweiten Gut Aber man muss halt drauf achten, weil man sein verkacktes Ansturm benutzt Sonst wird man gefickt Sonst wird man Sonst geht es einem nicht so gut dann, liebe Kinder Alter, wo gehen wir jetzt in die blöde Oh, ich bin schon wieder vom Schiff runter hier Hör mal auf so Ja, was für fehlen, Mann Mh, 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 mh So, da war es jetzt hier, oder was? So, da war es jetzt hier, oder was? Mischka ist hier Ja, Lehrling für erste Hilfe, erlernen Also irgendwas ich hier gerade erlernt habe I have no idea Sanitäter der Legion Oh, komm Die muss man jetzt hier kaputt machen, oder? Mh, instabile Mischung geerntet Ach, die Dinger hier Ah, die werden es sein, oder? Eins Alles klar Ah, ich verstehe So, da habe ich jetzt drei Und so war es in vieren Oh, jetzt kommt wieder welche Mir ist mir aufgefallen Also, die kämpfen gerade mit der einen hier, ne? Ich glaube, ich die alle rüberhole Dann fang die mal an, mit denen zu kämpfen Oh, okay Irgendwie eine ganze Nicht so, wie ich dachte Naja, hätte er klappt Alles raushauen hier Fall and Burst So Ich glaube, jetzt von den Dingern Äh, jetzt die sechste hier mit Kommt noch ein paar Noch eine ernten Zack und Schlitz und Puff Du, des Pirscher Ach, der ist schon gut Äh, wem grauen Männer helfen Wo ist er denn jetzt schon? Und die Treppe hier Das Schiff sieht schon ganz schön kaputt aus hier Ich muss jetzt mal so bemerken Sie staubt es an jeder Ecke, sag ich mal so Grauen Männer, Digga Wo ist er denn jetzt? Soll ich mit ihm kämpfen? Ach hier ist er, oh Verseuchte Pfeile, das ist nicht gut Oh, ich bin tot Tja Gut, ich war nicht tot, aber ich bin vom Schiff geflogen Oh Kannst du den ganzen dreckigen Weg nochmal laufen Oh, danke schön Ja, hier ist ein Elite dann oben Und da musst du dann dem Grauen Männer helfen Ja Und, ja, wir haben ihn selber runter Befördert hier, oder Ah, der kämpft noch Scheiße Mann, den Scheißpfeilen hier, Digga Hm Glück, wenn man seine Spezialattacken macht Und dann gar nicht vom Gegner ist Hm, ja, altbekannte Durch geht's, so stier Oh, Grauen Männer ist Missionen abgeschlossen Ups Püppchen Nun gut Bist du Bist du Aus dem Szenario? Ja So, die sind irgendwie so ein Ra-Mob Du bist noch dabei, oder wie? Ja Ich bin jetzt kaum eine Sauber-Eigen Ich bin jetzt kaum eine Sauber-Eigen Nein, nicht mehr Guck, was ist gekuckt? Erst der Hilfe Muss das auch mal Sein gewerbter Verband So, Mama Alter, wieso schlägt das so viel? Ähm, nur kurz Wimchen? Nur kurzes Ich brauche meine Schachzug Ich weiß nicht, wenn ihr von Nebenwirkern entkommt Nimm mir die Schultern Killed acht Ledermäuse Und weitere Requests Siehst du den Rahmen auf der Karte? Ja Ja Wo bin ich da hin? Erstmal die Quests annehmen hier Und dann Brettern wir rüber Ja Ich denke, ich habe alle Let's bet Wo ist denn der? Der ist ja da unten irgendwo Oder? Unten? Ich denke, der ist da unten irgendwo Jetzt erscheint er mir nicht mehr hier Ich habe da gerade den Spieler weg gesehen Ich glaube, der hat ihn weggeballert Ja, aber dann kommt er wieder Nee, ich glaube, der wollte weiter unten Ja Ich bring Freunde Ich denke ja eh, dass der gerade weggehauen wurde Und jetzt Okay, dann lass uns die Quest Die müssen wir auch hauen hier, oder was? Nein, ich glaube nicht Das ist hinter mir her gewesen Na gut Verlassene getötet Irgendwas wie unten Ja Ja, hier so, oder? Okay Ich wusste doch Hier sind irgendwelche Leute wieder Ich will kein Leben, ey Ja, Rama wird wieder da Weiß, äh, was Weiß, was der Takun Siehst du den? Ja, nur Der ist ja vielleicht noch oben Hier sind jetzt immer noch oben Was das ein Bitcoin? Ja, mein Herz Ein Empfang Und sie ist vom Ach so, um ihr seite Verkippt äh, verkickt, klickt. Oh, ich habe erfolgt.